kurz eingenickt aber schon wieder aufgewacht sind die bullen im heutigen nachmittagsverlauf und das nachdem sie sich ja doch deutlich stark gezeigt haben hier noch die skizze von gestern hier seht ihr noch mal den trendkanal den wir hier hatten hier und da haben wir gesagt wenn er da irgendwie den dreh tatsächlich bekommt dann ist erstmal aufwärts angesagt er hat es tatsächlich bis einigermaßen oberkante geschafft dann war dann ein nachtpäuschen aber eben korrektiv nach unten dreiwellig oder wie auch immer das auffassen wollt anschließend wieder die fortsetzung nach oben also alles eigentlich mehr oder weniger nach muster über kleinigkeiten kann man sich hier natürlich immer gedanken machen wo wie wann man da reinkommt aber das grobe prinzip das habe ich euch erzählt das ist eh schon geschichte gucken wir uns das jüngste an was wir hatten da ist der kurs mal eben eingesagt heute vormittag war es ja noch relativ stark also relativ ist gut sehr stark was der nasdaq hier geleistet hat dann aber zur eröffnung ist der kurs hier ordentlich noch mal eingebrochen hat das was er heute vormittag gemacht hat erstmal wieder wettgemacht allerdings jetzt schon wieder auf dem weg nach oben und die bullen können sich freuen denn diese bewegung die wir jetzt hier aktuell haben ist nach wie vor ja eine starke dynamische bewegung nach oben manch einer würde sagen wenn das kein impuls ist richtig die abwartesituation wäre jetzt die nächste korrektur also irgendwas was korrektiv ist aber nicht nur das sondern er müsste es auch triggern das ist ganz wichtig lasst euch also da nicht zu früh drauf ein im sinne von ah der dreht bestimmt gleich noch lasst ihn ein bisschen hier das zwischenhoch noch mal rausnehmen so könnte das zum beispiel aussehen ob es da passiert also jetzt quasi mehr oder weniger jetzt sofort nachdem ich das video gemacht habe oder ob er erst noch ein bisschen weiter klettert das weiß ich natürlich auch nicht aber sobald dieses gebilde da ist wäre das eben ein zeichen für neue einstiege vielleicht seid ihr noch long dann ist sowieso die welt ja noch in ordnung aber wenn ihr neue einstiege sucht das wären immer ganz gut nützliche sinnvolle einstiege warum weil wenn das so die erste welle ist nach dieser korrektur haben wir nach der korrektur sehr gerne das gleiche nochmal und dann seht ihr ist in die risiko weiten gegenüber den gewinn weiten in einem sehr guten verhältnis das heißt wir haben eine sehr realistische chance dass wir auch wenn wir natürlich nicht immer richtig liegen bitte glaubt nicht dass diese version des chart lesens immer das vorhersagt was als nächstes passiert aber die umsetzung können wir für uns dann tendenziell vorteilhaft gestalten also für die ganz kurzfristigen unter euch ein hinweis worauf ihr in der nächsten minutenstunden mal achten könntet wartet auf die wackelige korrektur bewegung irgendwo in die mitte dieses anstieges also das ist der anstieg in die mitte dieses anstieges rein fibonacci kann helfen das kennt ihr ja das prinzip vom tiefsten punkt messen zum höchsten punkt vorsichtig der kann sich gleich noch wieder ändern im moment ist es der höchste punkt wenn der kurs jetzt in den nächsten minuten hier rein viele wäre das für mich ein long einstieg klettert der kurs erst weiter mache ich genau das gleiche prozedere allerdings messe ich dann neu vom tiefsten bis zum dann höchsten punkt deshalb gebe ich euch die marken hier gar nicht an messe das bitte durch denn es kann sein dass nachdem das video jetzt bei euch dann vielleicht gelandet ist dass hier schon neues hoch wieder ist das geht im minuten takt ja hier relativ schnell oder fünf minuten takt messe es dann entsprechend aus so und für die etwas übergeordneten die jetzt sagen aber bitte nicht auf fünf minuten basis wie sieht es da aus naja nasdaq immer noch ganz klar bullisch wir sehen dass wir immer noch ganz klar auf der aufwärtsseite es gibt keine anzeichen für die bärische seite ich hätte das vielleicht ein bisschen anders vermutet wenn wir nach dieser bewegung die sich hier jetzt ergeben hat jetzt hier sehr zögerlich nach oben gekrochen werden dann hätte ich gesagt mensch leute richtet euch mal auf die abwärtsseite ein beim nasdaq ja aber wenn ich das vergleiche so hätte es ungefähr aussehen müssen das hatte geleistet ist das verwechselbar nicht wirklich also insofern bieten die marktteilnehmer im moment gar keine chance aktuell schon auf der short seite vorbereitet zu sein im sinne von da platziere ich schon mal eine order vorsichtig das heißt nicht dass der markt drehen kann wir wissen alle nicht was für nachrichten heute noch raus kommen aber es gibt im moment keine anzeichen dafür das heißt aus meiner sicht bullisch weiter aufrechterhalten mit nachzieh stop vielleicht im vier stunden chart ihr könnt natürlich auch auf kleinere zeitebene irgendwie die stops hinterher ziehen ihr seht das geht auch im fünf minuten chart ja wenn rücksetzer kommt fliegt er raus beim nächsten mal steigt er wieder ein bei der nächsten chance zieht einfach wieder hinterher und sagt euch so machen wir halt die nächste runde versuchen wir mal damit dabei zu sein oder zu bleiben je nachdem wie aktiv ihr da sein wollt was das ist beim s&p grob nicht anders vorläufig scheint diese box da unten also noch nicht so richtig angesteuert geworden worden zu sein naja angesteuert vielleicht schon aber eben naja also nicht kontestiert wie man sagt also so richtig einen angriff haben wir darauf nicht gesehen insofern ist die voraussetzung nach wie vor erstmal ganz gut nur wenn diese brechen sollte dann eben auch da unten aber im moment gibt es da keine anzeichen dafür soll man da jetzt auf die short seite wechseln erinnert euch dran ich habe hier immer wieder gesagt das sieht doof aus aber kein grund da jetzt short zu gehen erst wenn er diese zwischentiefs also jetzt wäre das zwischentief diese marke das ist ungefähr bei 3936 37 naja da haben wir gott sei dank noch eine menge zeit uns zu überlegen ob wir dann wirklich short gehen wollen vorher ist das erst noch mal ein bullisches bild natürlich wenn er jetzt hier ich bleibe mal im vier stunden chart jetzt hier irgendwie so stark runter geht wackelig hoch dann würde die wahrscheinlich follow wie auch eher die short seite noch mal suchen ob das dann wirklich im großen dann das schon sein soll weiß ich nicht wie gesagt im großen wäre so der nächste relevante schritt diese marke ungefähr das tief vom 24 mittags märz natürlich mittags ungefähr was haben wir gesagt 3936 beim future in etwa das ist nicht gut zu verfehlen also kleinere shortys da müssen wir uns gar keine gedanken drum machen die sind erst noch mal nicht schlimm nicht so schön wäre es wenn wir die drei 4033 durchstoßen dann hätten wir dann da wieder überschneidung hatten wir hier vorne aber auch schon ein paar mal also ich sage mal das wäre jetzt so die nächste marke die ich wirklich als eine gefährliche ansehe und da sind wir weit von entfernt also noch überhaupt kein grund jetzt trübsal oder planung planung vor allen dingen panik zu schieben oder zu blasen wie auch immer es ist alles noch aufwärts gerichtet es würde sich natürlich ändern wenn wir starke bewegung nach unten sehen im prinzip so wie hier und anschließend a b c und jetzt seht ihr das ist genau das szenario wo ich auf short suche bin aber die ausführung erst beim bruch das ist ganz wichtig denn es kam kein bruch dementsprechend auch kein short es ganz wichtig bitte seid da nicht zu ah ich gehe da schon mal irgendwie rein ihr seht dieses prinzip das und dann habt ihr das als wackelige korrektur und das wieder als fortsetzung das geht in so vielen zeitebenen in so vielen situationen achtet darauf hier vielleicht für die nächsten minuten für die intraday freunde hier genau das szenario ähnlich wie ich das eingezeichnet habe beim lastag macht das selber mal wenn ihr das auf der kurzen ebene wollt ja beim dow jones muss man jetzt wirklich nicht zwingend von der abwärtsseite ausgehen aber aktuell ist es eben ganz klar die aufwärts richtung aber wir dürfen nicht vergessen auf tagesebene nähern wir uns dem abwärtstrend wie auch immer genau ich den jetzt hier eingezeichnet habe vielleicht müsste ich den millimeter tiefer zeichnen das ist bei trendlinien häufig das problem bei trendkanallinien wie exakt ich oben und unten den anlege aber wir sind so halbwegs da also vorsichtig es könnte sein dass die auf freunde aktuell sagen schauen wir mal also insofern ist die idee mit dem trailing stop hier zu arbeiten gar nicht so schlecht das mindestziel das hatten wir ja schon längst gesehen das war hier die 33.270 oder 80 irgendwie sowas an der stelle wer gesagt hat ich nehme da nicht mit man muss ja nicht immer mitnehmen ja das ist das mindestziel das klassische eins zu eins ist das mindestziel an der stelle gehen wir sehr gerne raus auch wenn man da manchmal was verpasst und lassen ein teil gegebenenfalls dann laufen also wir splitten die trades häufig auf in zwei teile und ziehen den rest hinterher das könnte zum beispiel dann sowas hier in dieser art sein und dann hat man hier sein parabolik im vier stunden chart ungefähr jetzt aktuell 33.536 falls ihr irritiert seid das sind alles die original future kurse wenn ihr jetzt mit irgendeinem cfd anbieter unterwegs seid der nicht die original kurse es gibt ja durchaus den einen oder anderen die sich an den futures orientieren da müsst ihr eben selber mal gucken dass ihr dann entweder das vergleicht und dann müsst ihr die differenzen selber ausrechnen oder ihr nehmt gleich euren chart und legt dann ein entsprechendes tool an und dann habt ihr den für euch gültigen wert aber die große finanzwelt die guckt auf die futures und der steht gerade bei 33.536 im parabolik sr standard einstellung im vier stunden chart ob der jetzt perfekt ist na das weiß ich auch nicht doch das weiß ich der ist nicht perfekt das kann ich jetzt schon sagen aber ihr seht dass der in trendbewegung typischerweise große bereiche der trendbewegung absichert und genau das ist die aufgabe und deshalb ist das grundsätzlich vielleicht nicht perfekt aber eine ganz gute art und weise drin zu bleiben solange es läuft und wenn er dann wirklich dreht na gut meine güte dann halt nicht mehr die grüne marken müsste man ein bisschen anpassen die hatten wir orientiert am rücksetzer hier falls es eine ähnliche größe hier noch mal gibt dann seht ihr wäre das auf das jüngste hoch jetzt hier zu sehen das ist hier bei 33.579 das muss ja nicht punktgenau sein es ist nur so eine größenordnung also wenn wir hier eine korrektur haben die ähnlich groß ist wie die ist eh noch alles in ordnung wird die jetzt deutlich größer naja inzwischen dürften wir sogar eine korrektur fast dieser größe haben ohne dass es zu einer überschneidung kommt stimmt das also halbwegs guckt er hier das hier dieses hoch das ist das hoch vom 22 märz ungefähr 33.000 idealerweise würde ich das nicht mehr gerne überschnitten sehen das wäre das bullischste aller zeichen dann hätten wir nämlich hier einen wunderschönen anstieg zack hoch hier haben eine schöne pause okay dann haben wir hier einen anstieg da kann man verschiedene varianten jetzt sehen vielleicht kommt hier erst noch der kleine anschließend dann die nächste pause machen wir die mal weg das wären alles gute zeichen wenn wir da überschneidungsfrei bleiben denn das ist ein zeichen dass die marktteilnehmer auch noch lust haben und dann machen sie halt hier eine kurze pause kommen hier noch mal ein bisschen zurück und dann geht es anschließend weiter das wäre das bullischste aller szenarien das momentum scheint aktuell gut zu sein hier haben wir einen eszellator der andeutet momentum noch sind wir da nicht irgendwo schon dass wir sehen das ganze flacht ab oder sowas in der richtung also kleine pausen sind da überhaupt nicht störend wären also völlig in ordnung aber rechnet damit dass insbesondere dieser markt hier zumindest vorläufig mal auf einen widerstand kommt und hier eine etwas kleinere oder eine etwas größere korrektur macht merkt euch die 33.000 in etwa das hoch vom 22 am besten nicht mehr überschneiden kürzerfristige ziehen den stop enger nach und sagen ich halt raus freue mich über den gewinn bis dahin die längerfristigen hätten hier noch mal eine orientierungsmarke wo die sagen dann schließe ich dann doch gegebenenfalls den index zumindest mal das muss nicht notwendigerweise für die entsprechenden einzelaktien gelten zumindest mal für uns ist es nicht wir bewerten jede einzelne aktie immer auf eigene faust also nicht so von wegen oh der dau dreht jetzt müssen wir die aktienpositionen alle wenden dann hätten wir den ganzen tag nichts anderes zu tun als hin und her das ist nicht sehr effizient sondern wir handeln jede einzelaktie nach den gleichen kriterien aber für sich genommen aber eben den dau wenn einer von euch den future gerne handelt oder ein entsprechendes derivat darauf dann könnt ihr das natürlich analog genauso vornehmen so und beim dax wie sieht's da aus ganz kurz im großen bild eigentlich ich fände den rückseherz nach wie vor toll da ist die 100er marke das war die die wir hier mal genannt hatten beim future allerdings das war 805 das war quasi hier vorne das ding die wackelkiste wie beim dow jones der anstieg und egal ob ihr mit gewinnmitnahme oder mit dem trailing stop gearbeitet habt falls ihr euch an diesen varianten orientiert habt habt ihr hier irgendwo eure position auf jeden fall mal tapfer ordentlich geschlossen und jetzt ist halt die frage schafft der markt das oder schafft er das nicht das wird vielleicht auch in abhängigkeit der amerikaner sein wir haben hier einen komischen blauen balken wer bei born for trading ist oder beim trade des tages mitmacht hat da schon einen konkreten trading vorschlag den will ich euch jetzt nicht noch mal erzählen ihr könnt ihn ja euch selber angucken könnt dann die entsprechenden handelsmarken sehen und feststellen dass eine seite davon schon nicht mehr interessant ist dafür aber umso mehr die andere und das spricht vielleicht ein bisschen dem dow jones zu der ja gegebenenfalls ein bisschen auf schwäche ist und wir wissen dass der dax und der dow jones aktuell gerne paarlauf machen na gut beim paarlauf ist man auch nicht immer exakt auf gleichem kurs unterwegs manchmal springt der eine während der andere sich noch dreht das kann beim dax und dow jones auch der fall sein trotz alledem die ähnlichkeit dieser beiden scheint doch durchaus gegeben während s&p und nasdaq da ein bisschen anders unterwegs sind ich drücke euch die daumen dass ihr mit euren engagements die ihr hier findet im markt die richtige richtung habt ein paar anregungen hoffentlich habe ich euch dafür gegeben in diesem sinne euch alles gute und ganz liebe grüße